Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Das Thema heute Dialog im Alltag, also eine Unterhaltung mit Freunden, Bekannten oder Nachbarn. Deutsch lernen durch Hören und Nachsprechen. Los geht's! Hallo Herr Nachbar, wie geht es Ihnen? Hallo Herr Nachbar, wie geht es Ihnen? Oh, Frau Nachbarin, gut, und Ihnen? Sehr gut, ich gehe bei dem schönen Wetter spazieren. Eine super Idee! Eine super Idee! Ich wollte auch noch spazieren gehen. Wollen wir vielleicht zusammen gehen? Wollen wir vielleicht zusammen gehen? Ja, sehr gerne. Ich wollte in den Park. Was denken Sie? Ja, sehr gerne. Ich wollte in den Park. Was denken Sie? Perfekt! Können Sie noch fünf Minuten warten? Perfekt! Können Sie noch fünf Minuten warten? Ich mach das hier noch schnell fertig. Ich mach das hier noch schnell fertig. Sicher! Ich habe Zeit. Ich werde Ihnen ein wenig helfen. Sicher! Ich habe Zeit. Ich werde Ihnen ein wenig helfen. Danke schön! Dann können wir auch bald los. Danke schön! Dann können wir auch bald los. Hallo Paul! Wie geht es dir? Super! Ich habe gleich Feierabend. Wie geht es dir, Clara? Super! Ich habe gleich Feierabend. Wie geht es dir, Clara? Naja, es geht schon. Ich habe zur Zeit so viel zu tun. Naja, es geht schon. Ich habe zur Zeit so viel zu tun. Aber ich wollte auch gleich Schluss machen. Aber ich wollte auch gleich Schluss machen. Magst du noch etwas essen gehen? Magst du noch etwas essen gehen? Ja, sehr gerne. Beim Italiener um die Ecke? Ja, sehr gerne. Beim Italiener um die Ecke? Ach, lass uns doch den neuen Thailänder ausprobieren. Ach, lass uns doch den neuen Thailänder ausprobieren. Ich habe viel Gutes über das Essen gehört. Ich habe viel Gutes über das Essen gehört. Klar, Clara. Da wollte ich sowieso mal hin. Klar, Clara. Da wollte ich sowieso mal hin. Treffen wir uns in 30 Minuten am Ausgang? Treffen wir uns in 30 Minuten am Ausgang? In Ordnung. Dann bis gleich, Paul. In Ordnung. Dann bis gleich, Paul. Oh, guten Tag, Frau Schwarz. Was für eine Überraschung! Oh, guten Tag, Frau Schwarz. Was für eine Überraschung! Guten Tag, Herr Klein! Schön, Sie zu sehen! Wie geht es Ihnen? Guten Tag, Herr Klein! Schön, Sie zu sehen! Wie geht es Ihnen? Ganz gut, Sie wissen ja, der Alltag, viel los! Ganz gut, Sie wissen ja, der Alltag, viel los! Ja, Arbeit, Kinder, Haushalt. Wie geht es Ihrer Frau? Ja, Arbeit, Kinder, Haushalt. Wie geht es Ihrer Frau? Ach, der geht es sehr gut. Sie kennen Sie ja. Sie ist immer fröhlich. Ach, der geht es sehr gut. Sie kennen Sie ja. Sie ist immer fröhlich. Meinem Mann geht es endlich wieder gut. Er war ja lange krank. Meinem Mann geht es endlich wieder gut. Er war ja lange krank. Jetzt hat er so viel Kraft wie noch nie. Er hat auch einen neuen Job. Jetzt hat er so viel Kraft wie noch nie. Er hat auch einen neuen Job. Er arbeitet weniger, aber er verdient mehr Geld. Irgendwas im Internet. Er arbeitet weniger, aber er verdient mehr Geld. Irgendwas im Internet. So hat er viel Zeit für die Kinder. Das ist für alle sehr schön. Das freut mich, Frau Schwarz. Kann ich Sie noch auf einen Kaffee einladen? Das freut mich, Frau Schwarz. Kann ich Sie noch auf einen Kaffee einladen? Ja, gerne. Ja, gerne. Ich bin mit meinem Einkauf auch schon fertig. Die Familie kommt zu Besuch und meine Frau und ich werden was Schönes kochen. Die Familie kommt zu Besuch und meine Frau und ich werden was Schönes kochen. Na dann los! Das Gemüse hier ist wirklich das Beste in der ganzen Stadt. So Leute, damit sind wir dann auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, wie immer, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und die Unterhaltungen haben euch geholfen, euer Deutsch etwas zu verbessern. Bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Woche. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.